Jo Leute und damit willkommen zurück zu Dunkelkorn Country 2, Diddy's Kongress mit dem Flash. Mit Centu, dem Nasenbär. Nö, Arschloch. Flash mob mich immer. Der Asi. Der Asi. Jetzt fang ich damit wieder an. Ja, Leben entschieden. Hallo Spidey. Ich sterb Spidey. Mh, war klar. Ja, ne? Ups. Fuck. Warte, Diddy. Hä? Stirb. Ach nö, ich hasse das. Ich hasse das Level. Ich mag das voll. Das erste war kacke. Das war verleidend. Ja, du hast das ja auch geschafft, du Arsch. Deswegen ist das dir doch jetzt egal. Also, sollte es laggen, ne? Kann ich nichts dafür. Und sollte ich aus dem Internet fliegen, ne? Kann ich auch nichts dafür. Wieso? Meine Zeitspanne ist fliegt nicht mehr Viertel vor drei raus oder Viertel vor vier. Es fliegt mittlerweile eine Zeitspanne von sieben bis neun raus. Wieso? Weil sie sagen, weil sie noch nicht beheben können. Gestörter Asi. Gar nichts dafür. Doch, du kannst ja mal alles dafür. Lieben Cheater. Nee. 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 Aha. Und tschüss. Tschüss. Schaffst du eh nicht. Nee. Nee. Ach so, man muss erst unten und dann nach oben springen, ne? Nee. Ich glaube, man muss einfach nur genug töten oder so. Ach so. Fatze. Au. Aha. Hm. Ach jau. Schade. Schaffst du nicht. Warum fährst du nicht dagegen? Reicht doch. Määä. Ja, ist klar. Schaffst du auch nicht. Alter, ich hab gedacht, das kommt sofort. Aber das nicht. Ha ha. Ach, Maul, ey. Komm, erst mal so weit. Ja, ich weiß. Ah, ich muss Leben cheaten. Musst du gar nicht. Ich hab ja Frankie. Frankie Tanki. Frankie Tanki. Leben cheaten. No, zu mir sagen, dass ich Leben cheate, ne? Ja, ich mein ja dich auch damit. Ja. Ich mein nicht mich damit. Ich mein mich nicht damit. Ich mein ja nur dich. Ah, da hast du jetzt dran gedacht, ne? Ja. Ist tot. Hab ich eben voll vergessen. Deswegen. Komm. 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 Maulflash ist so behindert. Halt's Maulflash. Und warum ich hier eben so komisch los gelassen hatte, weiß ich gar nicht. Tschüss. Wow, das war knapp. Einfach fliegen. Nö. Irgendwie. Nö. Irgendwie. Nö. Ja, das schaffst du, glaub ich, letztes Mal auch noch geschafft. Irgendwie. Nö. Ja, hab ich auch. Das auch noch? Boah, ich hasse den. Nein. Nein, nein. Wir gehst unter. Oh, das war knapp. Ich bin da doch rangekommen. Nein, du musst fliegen, weil der da genau wo die Banane unten ist, genau die Coopo ist. Ja, das weiß ich doch. Bist ein Sackflash. Alles deine Schuld. Ne. Habe ich denn eigentlich bei Omi zuletzt gespeichert? Hallo Omi. Nein. Komm her. Du hast Popo-Schmerz gemacht. Omi. Komm, schule fest. Komm, wieder mal vorbei. Hopp. Du bist ein Sack. So ein Sack. Du bist ein Sack. Gleich direkt weitermachen. So ein Sack. Bis jetzt haben wir immer nur drei Folgen, ne? Mhm. Sogar nicht schlimm. Ja. Sack's ja. Ich hab ja Frühschicht, ne? Ja. Aha. Exakt. Aha. Aha. Nein. Aha. Zack, abgestürzt. Nein. Doch. Egal, einmal kann ich ja noch. Doch. Und ich hol mir gleich noch ein paar Leben. Nein. Ich kann einfach laden. Konnte ich auch. Dann hast du ja ein Leben weniger. Hä? Wenn ich den Safe lade, hast du ein Leben weniger. Weil du ein Assi bist. Darum. Nö. Doch. Aber ich gönne dir die Leben. Ich hol mir einfach welche. Zack. Schlimm ist das nicht. Außer hab ich bei Omi gespeichert, dann ist ja alles gut. Ich kann doch auch zurückfliegen. Ja, du kannst auch schon zurückfliegen. Ja. Das Ding ist so unnötig, ne? Was? Den zwei Kokos hier. Jo. Naja. Deem. Dö, 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 dö. War aber knapp wieder. Was? Dass du blöd bist? Ja, du bist bingelt. Warum hast du den gemacht? Ja, weil das eine gerade knapp war. Ach so, ich wollte hier eine Stunde machen, ne? Wieso Darum Nein Ich will kurz vor das Ende Doch Aua Willst du zum Gegner kommen Nein willst du nicht Fuck Ich war doch weit genug geladen Ja genau Morgen ist Ostern Halt die Fresse Flash Ah komm ich mach einfach Wenn ich sterbe sterbe ich Dummer Sack Ja aber vorher kriegst du Bananen Nein Nicht so viele Wie viele sind das Nein Da ist kein Leben mehr zusammen hier Doch Bäh Klar Alter Lügner Ah ich hab die Sau Na komm Schon wieder nicht geschafft Schlecht Was war das denn eben Ein komischer Sprung Jetzt hält er den Mund Komm Hallo rede Ja ja ist gut Sag ich doch Dass du Leben zusammen kriegst Alter Ich sag ja mal nur bei mir Und tschüss Was warum Will er mich rollen Immer vom letzten Ja wollte er Das wollte er Flash beherrsch dich Hallo noch da Ja Achso hallo Hallo Flash Hallo 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 Tentos willst du mich verarschen Ja klar Was denkst du denn Kopf 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 Wenn du frühstück hast du bist ja wieder um 2 hier da Oder um 16 Uhr Mein halb 3 Ja gut Dann kann man ja aufnehmen Hm Ja aber nicht sofort Oder nicht zuhause bist Nein Um 4 Was Um 4 habe ich gesagt Ich wollte gerade sagen Was eh nicht Wirklich wieder kommen Wie wir das erkennen Ja Doch diesmal muss es Muss es so kommen Ja Ja Müssen wieder aufnehmen Ja jetzt kriege ich aber nicht genug Dinger zusammen Ja und Mir doch egal Vor allem freut mich gerade Wieso ich den nicht gekriegt habe Voll zu kurz gesprungen Kann ich jetzt Den ersten Arm Danke Das Spiel ist buggy Na klar Klar Ah du Sau Marusna Mach du mal so ne hässigen Geräusche Der Koko schreit auch wie ein Mädchen ne Nein Warum war da kein Schild Malaka Warum Kacke ist das doch Weil du Kacke bist Der kann man das nicht mehr weg machen Ein Kacknob der Game Over ist Ja komm ich habe bei Omi Bei Omi gespeichert Ich will hoffen dass das da oben jetzt zugespeichert hat Und jetzt haben wir die zweite Aufnahme Hallo Leute Fickt euch He 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 Kacke 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 Kacke